Magdalena Kovaniec, geboren in Polen, studierte in Bythom und Innsbruck Ballett und lebt und arbeitet in Wien. Sie nutzt Choreografie, Performance, Theater und Musik, um Vorstellungen von Transformation und Widerstand zu erforschen. Sie war Liedsängerin einer Punkband und zeigt ihre Arbeiten in ganz Europa. Sie war bei den Wiener Festwochen ebenso zu sehen wie beim Impuls-Tanzfestival und ist eine weitere spannende Position der österreichischen Tanz- und Performance-Szene. Magdalena Kovaniec 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 Scream, Scream, Scream. Scream, 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 Sc Oh, 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 screams of my new clothes. I'm furious, furious I'm missing you Touch, touch, no, no pressure I'm furious because of oppression Long time isolation My heart is ejaculating voice Touch, no, no pressure I'm furious because of oppression Long time isolation My heart is ejaculating voice Touch, no, no pressure 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 Take you on